So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier im Hintergrund einen kleinen Clip, wo wir vier Kernelhunderter versuchen, einen Jet mit dem RPG runterzuholen. Auf jeden Fall nicht so einfach das Ganze. Hier leider noch kein Ingame-Sound dabei, weil ich im Hintergrund bei dem Gameplay Copyright Musik gehört habe. Und das ist jetzt nicht so optimal für YouTube, wie viele von euch wahrscheinlich wissen. Aber ich nutze es ganz mal, um hier noch ein paar Informationen reinzuquetschen. Erstmal danke an euch, dass ihr mich unter dem letzten Video wieder darauf aufmerksam gemacht habt, dass die Qualität wieder scheiße war. Eigentlich habe ich das Problem ja behoben, aber das ursprüngliche Problem war es auch, dass Sony Vegas meine Einstellungen nicht gespeichert hat. Sprich, ich habe meine normalen Einstellungen eingegeben und Sony Vegas hat einfach nicht mit denen gerendert, sondern mit irgendwelchen scheiß Standardeinstellungen. Ich weiß nicht warum, aber jetzt sind meine normalen, mit denen ich immer gerendert habe, wieder drin. Meine normalen Einstellungen heißt, die Qualität sollte ab jetzt auch wieder normal und in Ordnung sein. Keine Low Bitrate manchmal, keine Frame-Einbrüche, sollte wieder alles normal sein. Auf jeden Fall tut mir echt leid, deswegen haben sich auch so ein paar Videos verschoben. Das Top 3 Sturmgewehre sollte eigentlich schon lange kommen, der Vlog 2.0 sollte eigentlich schon lange kommen. Aber die Dinger wollte ich einfach nicht mit scheiß Qualität raushauen und erstmal das Problem behoben haben. Auf jeden Fall kommt das Sturmgewehre-Ding, das Top 3-Ding dann in zwei Tagen und zwei Tage danach kommt der Vlog 2.0. Und jetzt seht ihr erstmal so einen kleinen Zusammenschnitt von vorgestern Abend. Da war ich mit Corny, Millie117 und dem Pwn4Gamer oder Pwn4Gamers unterwegs, wie auch immer. War eine lange Runde Metro, ich habe euch mal die besten Sachen rausgeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde sagen, lass nach unten gehen, aber man kommt nicht mal bis nach unten. Blutdrucker-Frau. Wollen wir mal zu viel drunter springen oder so? Ja, warte, warte, warte. Drei, zwei, eins. YOLO! Link, 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 link. Okay, weg. Ich bin tot. Warte, warte, warte. Ich komme auch noch zu Partie dazu. Shotgun, Shotgun, hab ihn, hab ihn. Oh, Dropshot. Links, links, Spaß, links. Tot. Spaß, 12. Ihr holt mich wieder Spaß. Ich geh. Hab dich, Alex. Steh auf. Leute. Ich krieg ihn nicht, obwohl ich auch mit dem... Ich hab zwei, ich hab zwei, ich hab zwei Gold. Ich muss meine Farmas nachher. Was war ein paar Stunden? Nochmal, nochmal schnell, holen, 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 holen. Ich hab mich, holen, ich hab mich, holen. Oh mein Gott, ich hab euch, ich hab euch. Ich hab euch, ich hab euch. Steh auf. Oh, fuck, ich hab keine Ahnung mehr. Und, macht was. Ich hab ihn, ich hab ihn. Alles ist leer, Shotgun ist leer. Ja. Die Cygat, ich hab's auch leer. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab ihn, ah, das sind noch mehr. Boah, gibt es nicht viele. Tot, 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 tot. Komm, Alex, komm. Oh, fuck, voll mit mir. Alex, 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 Alex. Boah, ich bin tot, oh Gott. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ganz schön, Leute, wir müssen anleben. Nein, Spaß-Self, komm. Alex, Alex, komm, komm, komm. Nein, 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 komm. Steh, nein. Nein. Kann ich mal, kann ich mal? Block, block, block. Ja, ja, ich mach ihn Kills. Ich mach, da macht mir mega Kills in der Ecke, wa? Oh, das regnet an der Ecke, den ich schick. Alter, Cripple. Nice, 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 nice. Vor allem, wenn wir den hier mal so kurz reingeschnitten haben. Laufen kommen, ja, laufen, das ist schön. Boah, wie du gestorben bist. Ich muss aber, ja, da, ach, hier. Boah, äh, boah, HIT, HIT, BOX. Wie du, wie ein Gummiball bist du von der Scheißwand abgebautst. Ich tröte mich mal. Okay, ich komme mal durchs Fenster. Wuuuuh. Komm, 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 einfach Dauerfolg. Was, wo? Pfff, dat. HITBOX. So, diese alle Unfallen, ne? Das ist ja hier Punktefarming hoch 10 Grad. Wöö, dieser Rauch hat sich nicht hängt allein. Würde mich so freuen. Ja, komm, durch da, einfach durch da, komm, go, 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 hier ist frei. Ja, 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 komm, durchrennen, 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 oh mein Gott, wie viele. Ja, mit Gack. Ja, komm, aufstehen, aufstehen, was machen wir? Wir müssen den Medikern, ich kann das nicht. Ja. Ja. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Hilfe, hilf mir in dir, Bruder. Oh mein Gott, wie viele da sind, die sind alle mitm Rücken zu uns, so zu sagen. Also so ein bisschen. Passt, alle. Jetzt haben sie sich umgedreht. Ja. Boah, hilf mir. Ich hab nur, nur Hilfen bei Killed durch Niederhaltung bekommen, wenigstens hast du Narciss bekommen. Oh, Toll. Und ich lieg hier vorne, ich lieg hier vorne, ich lieg hier vorne. Ich lieg hier vorne. Ja, komm, go, 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 go. Da kommst du weg. Punkte. Mg, ich zerleg ne Mg, macht den fertig, jetzt nur ein Mg. Nein, nein, nein. Ihr habt mehr Punkte gekauft. Oh, ich hab's geschafft. Ich krieg keine Punkte mehr für dich. Was? Ja, ich krieg keine Punkte mehr für das Reds. Boah. Alter. Hahahaha. Komm, komm weg da, komm weg da. Schieß doch nicht. Ich hab eins schon mal. Ja. Einfach laufen. Komm, 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 komm. Nice. Ich krieg einfach Eiskalt keine Punkte mehr für das Reds, ne? Komm, wir laufen durch, wir laufen durch. Dann hättest du jetzt auch schon, glaub ich, 10.000 wer, ey. Ja, locker. Ich hab ruhig 30, 40... Nein, okay. Das war echt... Oh, scheiße. Einen hab ich da links. Reds, please. Ja, chill. Ich krieg immer noch keine Punkte für Reds, wahrscheinlich. Wegen Boosting. Wir haben hier geboostet. Ja, klar. Ja. Ich hab einfach nur für die Leertasse gespampt. Ich konnte gar nicht leider sterben. Alter. Da hab ja auch nen Tauben... Oh mein Gott, mach ich grad Kills. Die haben sich wieder umgedreht, die haben sich wieder umgedreht. Mach ich grad Kills. Ich bin hier noch kein einziges Mal gestorben, fällt mir auf. Nein. So, jetzt. Oh, wie du geflogen bist. Oh. Ich krieg immer noch keine Punkte fürs Wiederbeleben. Was ist denn das für ne Scheiße? Ganz ehrlich? Ne, Millie, da kannst du liegen bleiben. Ich bekomm keine Punkte mehr. Ich krieg die Ava. Tot. Oh, jetzt bin ich in der Situation. Na, geil. Ja, nice. Bei dir geht's endlich besser. Ah, ich bekomm wieder Punkte jetzt nach dem Tod. Ja. Ja. Erstmal hochladen. Wie lang war das? 50 Minuten? Ja, ein bisschen lecker. Das muss ja vielleicht ein bisschen kacken.